Bei der Gelegenheit zeige ich euch gleich mein Zimmer, was ich mir teile. Eigentlich ganz hübsch, es wäre ein Balkon da, oder zumindest die Tür. Es gibt einen Fernseher, hier ist ein Tisch, hier ist eins und zwei Böttern. Das erste ist meins. Die Brennwand in der Mitte stellen wir zwar auf, aber die hilft nicht viel. Tja. Und jetzt zeige ich euch mal schnell das Badezimmer. Hier ist das Bad. Das WC lässt sich höhenverstellen, der Duschsitz ebenfalls. Genauso das Waschbecken. Und der Spiegel lässt sich auch brav heben, also senken, neigen eigentlich, neigen. der Boden für die Dusche ist eben, also abgeflacht. Aber der Teufel liegt im Detail. Die Regale für die Zahnbruchsbecher und das Zeug sind hinten oben, wo man im Rollstuhl nicht dazu kommt. Außerdem sind alle Haken drauf. Ich weiß nicht. 1,70, 1,80 oder so oder 1,60 montiert. Man kommt auf jeden Fall nur stehend dazu. Und der Lichtschalter ist jetzt auch nicht gerade niedrig. Das war's vom Zimmer. hospitals sitzen. An uns werfen ein heard. Da wir kommen damit zu Eindice. Vielen Dank.